Hey Leute, wir spielen heute wieder Overwatch mit unseren Kollegen Doomfist. Ja, ja, ja. Uh, Legion Tower. Mal sehen, wie lange sich der Doomfist noch retten kann. Äh, ich werde den nämlich jetzt ein bisschen fokussen und ein bisschen runterstoßen jetzt ein paar Mal. So, ähm, wo ist Doomfist? Ist da Doomfist? Das ist Doomfist. Ah, Schall. Okay, einmal konnte er sich schon mal retten und jetzt hat er mich auch noch vorher erwischt. Ach, guck mal, den Zenette habe ich aber töten können. Ha, ha, ha. Der Zenette hat jetzt gestorben. Ich habe den runtergestoßen. Habe ich jetzt leider nicht gesehen. Ah, schade, schade. Aber, na gut, eigentlich war ich ja sowieso auf dem Doomfist angetoucht. Okay, jetzt brauchen die ein bisschen Heilung mit meinem Team, aber nur ein bisschen. Deswegen ist alles palettig. Okay, wir nehmen zuerst den Punkt ein, damit das niemand anderes machen kann. Dann halte ich hier einmal den McCree und die Widowmaker und warte auf, äh, den lieben, ähm, Doomfist, der gerade gestorben ist. Ne, das sollte hier irgendwo sein. Da, da habe ich ihn gerade schießen sehen. Okay. Hm, hm, hm. Okay, ich weiß nicht, wo Doomfist ist, aber ich sehe jetzt alle Leute. Ja, ja, die brauchen immer ihre Heilung, ne? Ich will jetzt einfach... Ah, da ist Doomfist. Ich will jetzt natürlich, äh, tönen. Am liebsten. Und, oh, der bringt sich fast selber um. Na gut, Herr Reaper, geh mal weg. Auf dich will ich jetzt nicht gehen. Och, oh, nee, der ist hinter mich ge... hat sich hinten versteckt, natürlich. Natürlich, der hat sich... der wollte mich austricksen. Das ist natürlich nicht so schön. Ja, der ist ja einfach von hinten gekommen, ne? Doofer Typ. Okay, jetzt kriege ich den. Oh, der ist schon wieder... schon vorher gestorben. Das ist natürlich echt dämlich jetzt. So, wer ist denn hier auf dem Punkt? Oh, ein Hanzo. Ich habe Angst. Hm, 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 hm. Orisa, geh mal weg. Du bist, äh, ein bisschen nervig. Ich mache hier gerade einen fetten Kampf gegen Hanzo. Och, nice. Ich habe Hanzo getötet. Oh, McCree, was machst du denn da? Alter, der braucht schon wieder einen Angst. Er hat... ähm, such dir einen Arzt. Ich bin kein Arzt. Ich bin hier... ein Musician. So, oh, oh, der Doomfist ist da hinten lang gelaufen. Da kann ich den natürlich nicht so einfach tönen, okay? Nice, der hat eine Attacke schon benutzt. Und jetzt... ach, nein, ich habe den nicht töten können, aber... Ach, also ich wollte den ja eigentlich wieder runterstoßen, aber... Das ist von mir nicht gewährt. Und, oh, was macht Reaper denn da schon wieder? Und Reaper soll mir auch weggehen. Okay, jetzt... jetzt, wo läuft Doomfist hin? Lang? Äh, soll ich hier mal rüberspicken? Okay, das ist kein... Das ist, äh, 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 eigentlich gar kein... Doomfist, der da war. Okay, jetzt sterbe ich auch noch fast. Okay, Doomfist ist hier drin. Der ist durchs Fenster gelaufen. Das ist natürlich ein doofer Typ. Okay, ich habe... oh, oh, Meteorschlag. Oh, 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 ich habe Angst. Ich habe Angst. Der ist, glaube ich, gerade ungern. Ah, Mist. Oh, gut, ich hätte mich sowieso nicht retten können vor... Meteorschlag, habe ich das Gefühl, glaube ich. Weiß ich halt nicht. Kriegen wir den Punkt vielleicht noch, äh, gerettet? Also, ich könnte den noch halten, wenn ich da gleich drauf bin. Äh, äh, nee, nee, nee. Fünf gegen eins schaffe ich jetzt auch nicht als Lucio. Auch weil ich... Auch wenn ich ein exzellenter Lucio bin, kann ich das natürlich nicht so einfach schaffen. So, oh, die Gegner haben jetzt auch einen Lucio. Na gut. Und dann, Mercury, da nervt mich auch ziemlich. Okay, der Affe macht einen Solo-Action und stirbt natürlich, weil er Solo-Action gemacht hat. Solo sollte man natürlich nicht agieren in Overwatch. Denn das ist irgendwie gegen das Prinzip des Spiels. Hanso, Hanso tönen, Hanso. Alle auf Hanso? Nice, ey. Dann konnte Hanso tönen. Meine größte Gefahr... Die größte Gefahr ist also jetzt schon weg. Mercury, geh mal weg. Danke sehr. Okay, dann verwirre ich den. Oh, wow, wow. Nein, 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 nein. Okay, ich, ich, ich... Nein, ah, mh... Ah, da kam der plötzlich von der Seite. Da kann man nicht so einfach ausweichen, leider. Schade, schade, Roffel hat er die auch gesagt. Lustig, lustig. Haha, da lache ich jetzt. Okay, okay, okay. Ja, ich weiß nicht, wie wir es, äh, das noch schaffen könnten, den Punkt einzunehmen. Aber ich würde sagen, hier ist ein Reaper. Den töte ich jetzt auch mal. Oder der flieht einfach. Es geht natürlich auch. Dann flieht er einfach halt. Hm, 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 hm. Okay, Reaper, geh mal weg. Oh, da zu nah darf ich dem auch nicht kommen. Okay, ja, ich gehe jetzt einfach mit Doomfist, weil Doomfist voll cool ist. Okay, der wollte, glaube ich, durchs Fenster gehen oder so. Ist auch egal. Ich nehme jetzt den Punkt allein solo, weil es keine Gegner gibt und so. Nice, ey. Der konnte ein paar Leute töten. Oh nein, eine Stunde hat geschlagen. Ich hoffe, der töte mich jetzt nicht. Okay, der töte mich wahrscheinlich gleich. Aber ich konnte ganz locker ausweichen. Jetzt kann ich den auch noch töten wahrscheinlich. Jetzt kommt auch noch wahrscheinlich ein Drach auf den Punkt, wollte ich sagen. Ja, tatsächlich. Damit kann man rechnen. Also immer, wenn man Hanso nicht gerade gestorben ist oder so, dann feuert er meistens auf mitten im Punkt rein. So, wo gehen wir jetzt lang? Ich gehe natürlich hier lang, glaube ich. Jetzt bin ich aber zu spät, glaube ich, um hier runter zu sauen. Ja, in der Tat. Und da war... Wow, 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 wow. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Ich bin Hexte nach rechts gegangen, weil ich dachte, der scharzt jetzt scharzt mitten auf uns. Anscheinend nicht. So, Reaper, sollen wir weggehen? Okay. Schade. Ich dachte, der Doomfist hätte sich jetzt selbst getötet. Aber anscheinend hat er das nicht. Nein, oh, der hat mich schon wieder getroffen. Der trifft mich ein bisschen zu gut, Halfpack. Ich habe das Halfpack, ja, bekommen. Nice, ey. Und Lucio habe ich schon mal down bekommen. Aber ich wollte eigentlich den Doomfist hier runterkicken. Ah, das macht er wohl anscheinend selber. Finde ich gut, finde ich gut, dass er es selber macht. Netter Typ, dass er es selber macht. So, okay, Rissa. Ja, Rissa kann sowieso nichts. Deswegen töte ich die mal eben schnell. Perfekt. Dann habe ich eben noch meine Leute... Ah, McCree, geh mal weg. Danke sehr. Oh, McCree kommt... Oh, Mist. Ah, doch, der ist trotzdem gestorben. Okay, Hansu ist natürlich ein bisschen gefährlich. Aber der kann natürlich... Der ist anscheinend nicht so gut. Sonst hätte er mich schon dreimal getötet. So wie der Doomfist gerade. Also, Doomfist hat mich jetzt nicht dreimal getötet. Aber kann ja noch was werden, ne? Ne, Doomfist? Ne? Oh, der ist gerade nicht da. Der ist gerade nicht zu Hause. Deswegen gehe ich mal hier schnell weg. Und hoffe, dass ich hier Doomfist überraschen kann. So, Team, müssen wir mich gesehen haben, oder? Ja, nice, ey. Okay, der konnte sich aber leider retten. Oh, 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 oh. Weiß nicht, ob ich den töten kann, bevor er mich töten kann. Oh, ein Meteor-Ausschlag. Tschüss. Ich glaube, hier habe ich keine Lust und... Ha, der hat mich nicht bekommen. Der hat, glaube ich, wahrscheinlich noch nicht mal auf mich gezielt. Aber egal. Doomfist ist gleich sowieso tot, weil er nichts kann. Ja. Sag ich doch. Denn Doomfist ist doof. Doomfist kann also halt nur rumdoomen. So, und... Oh, 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 oh. Ich wollte eigentlich durchs andere Fenster wieder raus. Hat jetzt nicht so ganz geklappt. Aber wie auf dem Jahrmarkt, äh, stirbt McCree jetzt. Genau. McCree stirbt nämlich immer auf dem Jahrmarkt. Denn der ist ein Kacken-Goop. So, okay, okay, ja. Okay, das war knapp, das war knapp. Deswegen heile ich mich jetzt mal ein bisschen. Doomfist, mach mal was, würde ich sagen. Na gut, ich gehe jetzt mal auf den Punkt, wenn das niemand anderes will. Geh mal weg, McCree. Ich benutze mal meine Item-Aid oder verschwende die. Denn ich verschwende gerne Item-Aids, würde ich sagen. So, McCree-Reaper gehen wir weg. Danke sehr. Okay, die Gegner haben aber leider auch ihre Item-Aids ready. Wie zum Beispiel McCree-Reaper. Den habe ich auch noch nicht seine Item-Aid benutzen sehen, gesehen, hätte tun können. Macht er wahrscheinlich gleich, oder? Item-Aid? Er will wohl schon seine Item-Aid nicht benutzen. Na, meinetwegen. Tod von oben. Vielleicht schafft er es noch auf den Punkt zu kommen. Ah, schade. Leider nicht. Denn mit dem Meteor-Schlag kann man natürlich auch über alles rüber gehen. Dann ist man natürlich auch schnell auf den Punkt. Und der McCree-Reaper hat jetzt seine Item-Aid benutzt. Und eins zu eins, das könnte noch was werden. Okay, die letzte Chance, jetzt noch was zu reißen hier bei diesem Match. Mal sehen, ob wir hier gewinnen können. Ich habe da oben was gehört, glaube ich. So, dann gehe ich hier mal nach oben. Und ich habe mich wohl vorher gehört. Das war nix. Nix und wieder nix. Orisa, geh mal weg. Och, genau. Dann benutze ich natürlich ihr Fortify. Und meine Nase juckt. Geh mal weg, Reaper. Danke sehr. Okay, ja, nur so ein Genji. Der hat mich gerade ein bisschen verfolgt. Ja, also nichts Gefährliches. So, dann gehe ich hier mal auf den Punkt und hoffe, dass ich jetzt nicht direkt sterbe. Ja, ich bin nicht direkt gestorben. Also, genau das, was ich wollte. Aber jetzt hatten wir... Ja, es ist natürlich ärgerlich, dass er noch von der Seite kam und mich angechargeht hat. Das hat eine ziemlich mächtige Attacke. Also, unsere Siegeschancen sind unter 50%. Ist unwahrscheinlich, dass wir gewinnen werden. Äh, 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 äh. Ja, den kann ich aber noch töten. Hier, den Doomfist. Der kann nämlich nichts. Äh, Doomfist, geh mal weg. Schade, ich wollte den gerade mit meinem Nahkampf töten. Hat jetzt nicht so ganz funktioniert. Deswegen töte mich jetzt Reaper. Ja, ich nehme mal den Punkt ein, wenn das niemand anderes will. Oh nein, da ist wieder Doomfist. Deswegen verstecke ich mich einfach mal hier drunter und töte den Doomfist. So, ich habe den Doomfist schon ein paar Mal getötet. Ich hoffe, dass es wird auch schon im Live-Server dann so sein, dass ich den ein paar Mal töten kann. Jetzt würde ich auch gerne mal den Punkt einnehmen, weil da gerade kein Gegner drauf ist. So, danke sehr. Ach, den McCree, den McCree töte ich. Ah, doch nicht, doch nicht. Ich habe mich unentschieden. Der stunt mich nämlich gleich. Ah, zum Glück hat er mich nicht gestunt. Deswegen kann ich den jetzt doch töten. Ah, Diva. Okay, die haben jetzt eine Diva. Eine Biva. Geh mal weg, Diva. Ah, die mit ihrem Prachtkäfer-Skin. So, und, oh, oh, Meteor-Schlag von dem Gegner. Ich kenne natürlich noch nicht die ganzen Stimmen, leider. Und, oh, 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 oh. Wo kam der denn jetzt plötzlich her? Ich dachte, der wäre hinter diesem komischen Ding gelandet. Aber anscheinend... Ah, ist der doch. Na gut, aber irgendwie hat er mich doch noch gesehen. Schade. Ich dachte, der hat mich überhaupt nicht rein gar nicht gesehen. Aber anscheinend hat er mich doch besser gesehen, als ich dachte. Und deswegen bin ich jetzt ein bisschen traurig. So, guck mal, da ist ein Zaya. Ich gehe mal zu Zaya, weil ich so ein Zaya-Fanatiker bin. Okay, Lucio ist auf dem Punkt und nervt ein bisschen rum. Deswegen gehe ich mal auch auf den Punkt und nervt alle ein bisschen. Okay, ich gehe mal hier zu meinem Kollegen und töte ein paar Leute. Nein. Oh, okay, das war knapp. Doppelgehe übrigens. Ich weiß nicht, ob das Play of a Game wird. Ich glaube ja nicht. Dafür müsste ich schon ein paar mehr Leute töten können. Und das war knapp übrigens. Okay, und der Doomfist nervt immer noch. Geh mal weg, Doomfist. Ja, nice. Ich habe den Doomfist auch töten können. Nice. Das heißt, wir haben den Punkt offiziell jetzt auch noch... Ja, okay. Ja, wir haben den... Äh, nee, nee. Zu viele Gegner, zu viele Gegner, zu viele Gegner. Nee, da konnte ich leider nicht mal ausweichen. Der wurde ein bisschen hin und her gestoßen, der Reaper. Das fand ich jetzt nicht so nice. Und, ja, nee, wurde doch nicht so rumgestoßen, wie ich dachte. Aber schon ein bisschen. Und jetzt nehme ich den Punkt leider ein bisschen ein. Das finde ich jetzt auch nicht nice. Na gut, aber die siegwahrscheinliche Günstlichkeit ist ja sowieso unter 50%. Deswegen unwahrscheinlich, dass wir gewinnen können. Deswegen würde mich das sowieso wundern, wenn wir überhaupt gewinnen werden würden. Okay. Verfolgt der mich gerade? Man hört das sogar, wenn man von dem Meteor-Ausschlag verfolgt wird. Das ist ja lustig. Ich habe nämlich so ein... Hinter mir gehört. Das wurde nicht leiser. Da habe ich schon bemerkt, dass der Doomfist hinter mir war. Das ist ja eine Altmaid. Das ist lustig. Das fand ich lustig. Okay. Oh nein, nein, ich sterbe. Ich sterbe. Geh mal weg. die... Okay, das war jetzt extrem knapp. Gehen wir weg. Ja, nice, nice. Okay, ich konnte den Punkt fast alleine einnehmen, aber jetzt ist Diva auf dem Punkt. Aber Diva ist kein Problem. Die kann man einfach so plupp weg machen. Und ja, McCree, der kann jetzt auch noch ein paar Leute tönen. Okay. Ja, ja, ja. Kriegen wir den Punkt? Kriegen wir den Punkt? Hier ist noch irgendwas. Eine T-Racer, die hier ein bisschen rumnervt. Können wir den Punkt... Oh, wir haben den Punkt noch bekommen. Ist das nice. Okay, okay. Und damit haben wir den Punkt, glaube ich, bekommen, oder? Den Punkt sowas von bekommen. Nice, ey. Ja, ja, kommt schon, Diva, wenn die jetzt auf den Punkt kommen. Nice, ey. Das war ein nices Match. Also ein richtig nettes, cooles Match hier in Matchly-Line. Match. Das finde ich nice. Das fand ich sehr, 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 sehr nice. Ja, also war richtig... War ein schönes, nices Match. Matchline. Und das Match nenne ich vom... von der Alt-Mate verfolgt. Genau, guter Titelname. Danke, dass ich mir den jetzt so notiert habe. Sonst vergesse ich mir nämlich... vergesse ich nämlich immer die Namen der... der Titel, wenn ich mir die während des Aufnehmens... äh, wenn die während des Aufnehmens... äh, dingsen. Och, ich wurde in den Match nochmal reingeworfen. Das fand ich natürlich nicht so nett. Na gut, dann mache ich das Match auch noch... zu sich dazu. So, okay. Ja, noch zwei Minuten. Das haben wir sowas von verloren wahrscheinlich. Guck mal, die... die Spawn-Campen einen ja schon. Also, was hat das Team denn hier gemacht? Dass das so schlecht ist? So, McCree. Guck mal, den McCree, den mache ich jetzt sowas von down. Gold-Damage jetzt schon, würde ich sagen. McCree, geh mal weg. Den wollte ich jetzt eigentlich... schön, okay, auf Distanz legen. Okay, jetzt muss ich aber ein bisschen aufpassen hier. Genau, okay. Aber, aber, ah, okay. Was los ist hier? Was ist los? Was ist los? Gebt mal alle weg hier. Ich will ja mich heilen. Das wurde sowieso gehackt, das Safe-Pack. Deswegen hätte mir das auch nichts gebracht, wenn ich nicht gestorben wäre jetzt. Okay, das Geschütze ist da ein bisschen... passend platziert, würde ich sagen. Also, aber die können sich das, glaube ich, leisten, weil unser Team gerade so im Rückstand liegt. Das finde ich natürlich nicht so nice, dass wir so im Rückstand sind. Hmm. Aber da kann man auch nicht viel gegen machen. Gehen wir weg, Hanzo. Danke sehr. Äh, 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 okay. Torbjörn, geh mal weg hier. Den Torbjörn kann ich auch easy peasy. One-V-One-en, würde ich sagen. Außer wenn er 1000 Schilder hat. Aber das hat er... Ah, doch, hat er... Schade, sonst wäre er jetzt schon down gewesen. So, 47 Sekunden. Was macht unsere Symmetra... Ach so. Na gut. Symmetra hat wohl schon aufgegeben. Na gut, dann kann man jetzt auch nicht so viel machen. Ein 5 gegen 6 ist jetzt auch ein bisschen schwieriger zu gewinnen. Ach, nee, ne... Ah, na gut. Da kann man jetzt leider nichts machen. Ha, 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 ha. Die ist jetzt trotzdem gestorben. Das nenne ich hier. Tja, Schicksal. Oh, hallo, Doomfist. Was geht? Was steht? Mal sehen, ob ich hier schnell genug bin, auf dem Punkt zu sein. Noch rechtzeitig, bevor es jetzt zu Ende ist. Ohne, dass ich sterbe. Das ist so eine Stealth-Mission jetzt. Ja, war ich tatsächlich. Aber ich war, glaube ich, zu früh da. Na gut. So, das war... Naja, da ist sowieso niemand auf dem Punkt. In der Nähe jedenfalls gewesen. Und ein 1 gegen 6 ist ein bisschen schwierig im Overwatch. Ja, na gut. Tja, dann würde ich aber auch sagen, war es auch schon von dieser Folge. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Tschüss.